Ein amerikanischer Held wird gefeiert. Nachdem er zum sechsten Mal die Tour de France gewonnen hat, kehrt Lance Armstrong im Triumphzug in seine Heimatstadt Austin im US-Bundesstaat Texas zurück. Zum Helden macht ihn in den Augen der Amerikaner vor allem sein Sieg gegen den Krebs. Bei dem Umzug dabei sind deshalb Kinder und jugendliche Krebsüberlebende, unter ihnen ein 14-jähriger Junge namens Ryan Carone. Als Armstrong bereits einer der weltbesten Fahrradfahrer war, wurde bei ihm 1996 fortgeschrittener Hodenkrebs diagnostiziert. Der Krebs hatte bereits Metastasen im Hirn und in der Lunge gebildet. Die Ärzte geben ihm weit weniger als 50 Prozent Heilungschancen. Doch Armstrong besiegt den Krebs. Und nur drei Jahre später gewinnt er 1999 erstmals die Tour de France. Heute kämpft er mit grossem Einsatz und seiner eigenen Stiftung gegen Krebs. Motto der Lance Armstrong Stiftung, live strong, lebe stark. Erkennungszeichen, ein gelbes Armband, das in ganz Amerika verkauft wird. Lance Armstrong erinnert daran, dass nicht der Terrorismus die grösste Angst der Amerikaner ist. Bei den Wahlen wird nie über Krebs gesprochen. Dabei ist Krebs die grösste Angst aller Amerikaner. Wenn du sie fragst, dann haben die Menschen nicht Angst davor, dass ein Flugzeug in ihr Haus fliegt, sondern dass sie Krebs bekommen. Davor haben die Leute wirklich Angst, denn alle sind davon betroffen. Wenn nicht sie selbst, dann sind es ihre Freunde, Verwandten oder Bekannten. Auf den ersten Blick sieht es wie ein ganz normales Ferienlager aus. Doch die Jugendlichen, die hier scheinbar unbeschwert miteinander spielen, haben alle Krebs. Einmal im Jahr treffen sie sich hier und machen all das, was Jugendliche ebenso tun. Die meisten haben bereits einen grossen Teil ihres jungen Lebens im Spital verbracht. Immer wenn ich Sport machte, rannte und auch nur lief, begann mich mein Bein so zu schmerzen, dass ich kaum noch gehen konnte. Mein Kinderarzt wusste nicht, was die Ursache war und schickte mich zur Spezialärztin. Die fand schnell heraus, dass ich einen Tumor hatte. An meinem Geburtstag, am 16. Mai, hat man mir Gewebe entnommen und herausgefunden, dass ich Krebs habe. Ich war extrem überrascht. Man erwartet nie, selbst Krebs zu bekommen. Doch überraschend treffen kann es jeden. Und die Kriterien, nach denen sich der Krebs seine Opfer aussucht, sind zufällig. Wie es das Beispiel dieser Jugendlichen zeigt. Das Lager der krebskranken Kinder ist nur eine gute Stunde Fahrzeit von der texanischen Metropole Houston entfernt. In Texas ist bekanntlich alles etwas grösser als anderswo und so erstaunt es nicht, dass sich hier im Texas Medical Center mit seinen jährlich über 5 Millionen Patienten auch Amerikas grösstes Krebsspital befindet. Der Vorteil der Größe ist das umfassende Wissen. Alle hier stehen im Dienst des Kampfes gegen den Krebs. Seien es Forscher, Kliniker oder das Pflegepersonal. Weil wir eine grosse Fakultät sind, die sich ausschliesslich dem Kampf gegen den Krebs widmet, ist die Tiefe unseres Wissens schon ziemlich unglaublich. Grösse heisst 1000 Ärzte, 12.000 Angestellte, 60.000 Patienten. Besonders stolz ist man darauf, als bestes Krebsspital der USA zu gelten. Krebsbehandlung besteht aus Operationen, aggressiver Chemotherapie, Bestrahlung, vielen technischen Prozeduren. Aber der Patient hat ein Leben zu führen. Er muss mit seinen Ängsten, seinen Problemen und den unerwünschten Nebenwirkungen der Behandlung fertig werden. Deshalb verbringen wir viel Zeit damit, uns mit dem Patienten und seinen Ängsten und Problemen auseinanderzusetzen. Kein Lippenbekenntnis des Spitaldirektors. Bei allen Entscheidungen stehen immer das Wohlergehen und die Lebensqualität des Patienten im Mittelpunkt. Wenn beispielsweise die Jugendlichen aus dem Ferienlager wieder zurück im Spital sind, dann steht ihnen dieser Teenie-Club zur Verfügung. Hier können sie sich treffen und einen Teil ihrer Jugend nachholen. Das Spital ist so gross, dass es nicht nur über einen eigenen Jugend-Club, sondern auch über eine eigene Schule verfügt. Ich bleibe so lange, bis du etwas gegessen hast, sagt diese Mutter. Ich werde essen, sobald es mich im Mund nicht mehr so schmerzt. Allen Kliniken sind, wie hier in der Kinderklinik, solche zentral gelegenen Einheiten für das Personal gemeinsam. Hier laufen alle Fäden zusammen und trotzdem sind die Wege nie weit. Der erste Nachweis und die erste Klassifizierung des Tumors sind abhängig von guten bildgebenden Verfahren. Diesen entnehmen wir, wo und wie gross der Tumor ist. Basierend darauf kann man entscheiden, ob er am besten mit Bestrahlung, einer Operation, einer Chemotherapie oder mit einer Kombination dieser Methoden zu behandeln ist. Hier haben sie einen Patienten mit Lungenkrebs. Die Frage ist, was ist diese grosse Gewebemasse zwischen diesem Knochen und der Lunge? Das hier ist der PET-Scan. Und hier unten in dem farbigen Bild sehen wir die Computertomographie und den PET-Scan zusammen. Hier im PET-Bild sehen Sie einen grossen schwarzen Fleck, aber es ist schwer zu sagen, wo genau sich dieser befindet. Dem zusammengeführten Bild hier unten können wir aber entnehmen, dass sich hier ein aktiver Tumor befindet. Wir können das Bild aber auch dreidimensional rotieren lassen. So gewinnen wir ziemlich rasch einen Überblick über den ganzen Körper. Wir nennen das auch die Michael-Jackson-Ansicht, weil die Person dann zu tanzen scheint. Bevor man heute einen Tumor feststellt, haben sich bereits viele hunderttausende Tumorzellen gebildet und geteilt. Wenn sich dann ein Tumor gebildet hat, der gross genug ist, dass wir ihn sichtbar machen können, dann misst er bereits mehrere Millimeter im Durchmesser. Und dann handelt es sich eigentlich bereits um einen ziemlich fortgeschrittenen Krebs. Das ist das eigentliche Problem. Denn obwohl das anatomisch nicht besonders gross aussieht, so sind doch unzählige funktionelle Prozesse in den Zellen falsch gelaufen, bevor wir diesen Tumor auch nur sehen können. Wir müssen also weg von der bloßen anatomischen Bildgebung. Stattdessen müssen wir lernen, die biochemischen und genetischen Fehlentwicklungen, die am Anfang der Tumorentstehung stehen, besser und früher zu diagnostizieren. Jeder neue Patient, der im MD Anderson behandelt wird, durchläuft zuerst und noch bevor er zum ersten Mal seinen zuständigen Arzt zu sehen bekommt, die verschiedenen bildgebenden Verfahren. Die Hoffnung ist berechtigt, dass wir Krebs schon bald in einem viel früheren Stadium werden feststellen können. Denn jeder Tumorentstehung gehen genetische Veränderungen im Erbgut der Zellen und Veränderungen im Stoffwechsel voraus. So hofft man bald schon, Metastasen bereits feststellen zu können, wenn sie erst aus wenigen Zellen bestehen. Unmittelbar nach dieser Computertomographie starten wir den PET-Scan. So gewinnen wir die Daten für die Bilder, die sie vorher im anderen Zimmer gesehen haben. Es ist grossartig, heutzutage Radiologe zu sein. Ich wünschte, ich wäre am Anfang und nicht schon ziemlich am Ende meiner Laufbahn. Die Zukunft verspricht nur Aufregendes. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren grosse Fortschritte darin machen, wie wir Krebs erkennen und behandeln werden können. Auch wegen der verbesserten, bildgebenden und diagnostischen Techniken, wie wir sie hier und an anderen Orten auf der ganzen Welt gerade entwickeln. Der gebürtige Schweizer Nicolas Vautier ist Chef der Leberchirurgie im MD Anderson. Er hat sich darauf spezialisiert, besonders stark vom Krebs befallene Lebern zu retten. Wir haben Techniken entwickelt, die es uns erlauben, eine stark von Krebs befallene Leber neu zu modellieren, bevor wir sie operieren. Wir blockieren den Blutfluss in die vom Krebs befallenen Teile der Leber, was dazu führt, dass sich der gesunde Teil der Leber aufgrund der erhöhten Blutzufuhr vergrössert und wir anschliessend operieren können. Für diesen Leberkrebspatienten ist Dr. Vautier sein Lebensretter. Wie geht es Ihnen? Gut, manchmal habe ich etwas aufstoßen, aber das hat wohl damit zu tun, wie ich esse. Und hier kein Problem? Nein. Sie haben starke Muskeln, um das alles zu halten. Dr. Vautier war sehr direkt. Er schaute meine Bilder an und sagte, wir werden 80 Zentimeter ihres Dünndarmes entfernen, einen Viertel ihrer Leber und vier oder fünf andere Stücke. Und es wird gut sein. Er war sehr direkt. Er hat nie gesagt, vielleicht wäre es besser, sondern nur, wir holen alles raus. Ich glaube, ich gehe durch Krebsoperationen wie andere Leute durch eine Erkältung. Wir haben gute Nachrichten. Wir haben noch einmal kontrolliert. Aber da ist kein Tumor mehr. Noch kann bei der Behandlung solider Krebstumoren meistens nicht auf eine Operation verzichtet werden. Doch auch die Operationstechniken verbessern sich laufend und die Eingriffe werden immer schonender für den Patienten. Immer wichtiger wird es, auch im Operationssaal über moderne, dreidimensionale, bildgebende Verfahren verfügen zu können. Das ist besonders wichtig, wenn im Hirn operiert werden muss. Einen solchen Tumor hätte man vor zehn Jahren noch nicht heilen können. Einfach, weil wir damals die Technologie dazu nicht hatten. Auch wenn wir den primären Hirntumor, das Glioblastoma, noch nicht heilen können, so machen wir doch auf vielen Gebieten Fortschritte. Und das hier ist so ein Beispiel. Wegen seiner Lage ist der beste Zugang zum Tumor zwischen den beiden Hirnhälften. Hier gehen grosse Blutgefäße durch, die erhalten werden müssen. Daneben ist die Fornix. Das ist eine absolut entscheidende Struktur, die für das Erinnerungsvermögen verantwortlich ist. Wenn die Fornix verletzt wird, sei es durch den Tumor oder durch die Operation, dann wird der Patient einen schweren Gedächtnisverlust erleiden. Wie geht es Ihnen heute? Mir geht es gut. Ich mache eine kleine Kontrolluntersuchung. Keine Kopfschmerzen? Keine Erinnerungslücken? Ein klein wenig, aber es ist schon besser. Vorher wusste ich nicht mehr, wer angerufen hatte. Jetzt weiss ich, wer angerufen hat, aber ich weiss nicht mehr, was er gesagt hat. Sie sind auf gutem Weg, fantastisch. Sie sehen hier die Bahn, die uns zum Tumor geführt hat. Und hier war der Tumor. Er ist nicht mehr da. Er ist vollständig entfernt. Und hier sehen Sie die Öffnung im Korpus Kolosum. Sie ist kleiner als zwei Zentimeter. Genau so soll es aussehen. Die Zukunft wird neue Behandlungsmethoden bringen. Operationen werden weiterhin eine wichtige Rolle spielen, zumindest in absehbarer Zukunft. Aber mit einer Operation allein werden wir den primären Hirntumor nie heilen können, sondern nur, wenn es uns gelingt, jede einzelne Krebszelle im Gehirn zu zerstören. Und da werden viele neue Methoden getestet, von Impfungen bis hin zur Gentherapie und zur Virustherapie. Welche dieser Methoden am erfolgreichsten sein wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Dafür ist es zu früh. Die Labors der kleinen Firma Introgen befinden sich in unmittelbarer Nähe des Spitals. Introgen hat sich der Gentherapie verschrieben. Es ist nur eines von vielen kleinen, hochriskanten Unternehmen, die experimentelle Therapien im Kampf gegen den Krebs entwickeln. Noch ist kein einziges gentherapeutisches Medikament zur Krebsbehandlung zugelassen. Introgen wurde 1993 gegründet, mit dem Ziel, eine vom MD Anderson entwickelte Technologie zu lizenzieren. Wir haben die Lizenz, Patente im Zusammenhang mit dem antikanzerogenen Gen P53 kommerziell zu entwickeln und versuchen zusammen mit der FDA, der Zulassungsstelle für Medikamente, die Wirksamkeit dieses Ansatzes unter Beweis zu stellen und die Marktzulassung für dieses erste gentherapeutische Medikament gegen Krebs zu erhalten. Bei vielen Krebserkrankungen lässt sich feststellen, dass ein Gen namens P53, das der körpereigenen Tumorbekämpfung dient, mutiert ist. Das experimentelle gentherapeutische Krebsmittel von Introgen enthält dieses P53-Gen. Es wird direkt in den Tumor gespritzt und soll den mutierten Krebszellen dieses natürlich vorkommende Antitumor-Gen wieder zuführen. Das Ziel, eine Verbesserung der körpereigenen Immunabwehr. Der italienische Arzt und Wissenschaftler Massimo Cristofanilli ist einer der führenden Brustkrebs-Spezialisten. Als behandelnder Arzt leitet er am MD Anderson verschiedene Studien für experimentelle Therapien gegen Brustkrebs. Eine dieser Studien untersuchte die Wirksamkeit des Medikamentes von Introgen. Dies war die erste derartige klinische Studie für Frauen mit primärem Brustkrebs. 80 Prozent dieser Frauen hatten eine Mutation des P53-Gens. Die vom P53-Gen gesteuerten Proteine konnten deshalb ihre wichtige Funktion im Zellzyklus nicht mehr erfüllen. Wir hoffen, dies mit der Injektion des Mittels in den Tumor korrigieren und so einen antikanzerogenen Effekt erzielen zu können. Am MD Anderson Krebszentrum behandeln 12.000 Angestellte jedes Jahr über 60.000 Krebspatienten. Nirgends auf der Welt werden mehr klinische Studien mit Krebspatienten durchgeführt. MD Anderson ist mit Abstand das grösste Krebsbehandlungszentrum in den Vereinigten Staaten und führt auch die meisten klinischen Studien durch. Diese Versuche sind wichtig, denn durch sie gewinnen wir neues Wissen, um den Patienten in der Zukunft besser helfen zu können. Das ist besonders wichtig bei Krebs, denn da gibt es noch so viel zu tun. Heute ist eine goldene Zeit angebrochen. Mit den spektakulären Fortschritten, die wir im Verständnis der Ursachen von Krebs und der menschlichen Genetik erzielt haben, können wir zum ersten Mal hoffen, den Patienten auf eine Art und Weise zu helfen, die noch vor kurzem undenkbar gewesen ist. Die zentrale Apotheke des Spitals ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr geöffnet. Da immer neue Substanzen zugelassen werden, nimmt die Anzahl der hier gelagerten Medikamente ständig zu. Ihre Bewirtschaftung ist zentral für das Funktionieren des Spitals. Ein Roboter sorgt dafür, dass das Inventar der am häufigsten gebrauchten Pharmazeutika ununterbrochen aktualisiert wird. Die Entwicklung der Forschung wird dafür sorgen, dass die Anzahl der Krebsmedikamente weiter zunehmen wird. Ich schätze, dass wir in den nächsten zehn Jahren dank neuer, wirksamerer und weniger toxischer Medikamente eine grössere Verbesserung der Behandlungsresultate bei Krebspatienten erzielen werden, als wir das in der ganzen Medizingeschichte bisher geschafft haben. Wie ich schon sagte, ist jetzt eine goldene Zeit angebrochen. Wir lernen so viel, was die der Krebserkrankung zugrunde liegenden biologischen Prozesse betrifft, und wir lernen, wie wir diese Fehlentwicklungen behandeln können. Unzählige Universitäten und Forschungseinrichtungen arbeiten an dem Problem, und ich habe kaum Zweifel, dass die erzielten Fortschritte spektakulär sein werden. Wie dieser Mann hier befindet sich etwa jeder fünfte Patient am MD Anderson in einer klinischen Studie. Für viele Patienten bedeutet die Teilnahme an einer solchen die letzte Hoffnung. Dieses Spital lebt von klinischen Studien. Wir führen diese hier in einer sehr organisierten Weise durch. Wenn die erste Studie nicht wirkt, wird der Patient in die nächste Studie eingeteilt. Das eröffnet den Patienten viele Chancen. Und das zieht Patienten von überall her an. Lokal, national und international. Sie alle kommen hauptsächlich hierher, weil sie sich hier mit neuen Therapien und neuen Medikamenten behandeln lassen können. Mein Arzt sagte mir, ich hätte nur noch zwei oder drei Jahre zu leben. Das sind ziemlich schlechte Nachrichten. Man denkt immer, so etwas passiere nur den anderen. Also habe ich den Arzt gefragt, ob es irgendwelche Behandlungsoptionen gebe, experimentelle Therapien. Er sagte nein. Das erste, was ich dann gemacht habe, war, im Internet nach neuen Forschungsergebnissen zu suchen. Es dauerte nicht lange und ich fand heraus, dass sich eine neue Substanz der Firma Novartis namens STI 571 in der klinischen Erprobung am MD Anderson Spital befindet und sehr vielversprechende Resultate erzielt. Also habe ich alles daran gesetzt, um an diesem klinischen Versuch teilnehmen zu können. Ich verdanke also dem Internet mein Leben. Die Pharmaforschung stellt ununterbrochen neue, im Laborversuch erfolgreiche Substanzen her, die wie hier in kleinen Mengen zubereitet werden, um in klinischen Studien auf ihre Wirksamkeit hin getestet zu werden. STI 571 ist mittlerweile unter dem Namen GliVec zur Behandlung von zwei relativ seltenen Krebserkrankungen zugelassen. GliVec bedeutete einen Meilenstein in der Krebsforschung. Es ist die erste Substanz einer völlig neuartigen Wirkstoffklasse. Die neuen Medikamente sind sehr spezifisch, jeder Krebs benötigt ein anderes. Es ist eher wie eine Boutique als wie ein Supermarkt. Nicht jeder Krebs spricht auf dasselbe Medikament an. Einmal die Woche besucht Jerry Mayfield seinen Arzt, einen der führenden Spezialisten für die Behandlung von Blutkrebs. Zu Beginn seiner Laufbahn konnte Dr. Talpas nur wenigen seiner Patienten nachhaltig helfen. In den letzten Jahren hat sich das geändert, z.B. bei manchen Formen von Leukämie, wie z.B. bei derjenigen, unter der Jerry Mayfield leidet. Das ist eine schöne Geschichte. Die Geschichte der Behandlung der chronischen myologischen Leukämie in den letzten 30, 40 Jahren. Anfangs gab es keine Behandlungsmethode, dann wurden die Behandlungsoptionen immer besser und wir konnten die durchschnittliche Überlebensrate von 3 auf 5 auf 7 Jahre erhöhen. Und jetzt haben wir die neuen, zielgerichteten Medikamente und die scheinen die Krankheit vollständig zu verändern. Das gilt nicht unbedingt für alle Formen von Blutkrebs. Aber es scheint, als wäre das der Anfang einer ganzen Serie neuer Medikamente, die spezifische Defekte in Krebszellen hochwirksam behandeln. Jerry Mayfield ist der erste Patient, der in seinem Internet-Tagebuch fortlaufend über seine Erfahrungen mit einer klinischen Studie berichtet, bevor diese ausgewertet ist. Ich bin auch Mitglied von Patientendiskussionsforen im Internet. Wir wissen alles, was sich in der Welt der chronischen Leukämie an Neuem abspielt, immer sofort. Neue klinische Versuche in Grossbritannien oder in Deutschland, wir erfahren ohne Zeitverzögerung davon. Weil wir uns direkt als betroffene Patienten austauschen, wissen wir vieles zum Teil schneller als die Ärzte, denn diese erfahren Neues meist erst, wenn es in einer medizinischen Fachzeitschrift publiziert wurde. Bei Debbie Bloom, Mutter von zwei Töchtern, wurde 1997 ein Eierstockkrebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert. Ich lasse nichts unversucht. Auch wenn es an manchen Tagen schwierig ist, so weiss ich doch, dass ich das alles hier tue, um mein Leben zu retten. Bei der Stammzellentransplantation werden dem Patienten oder einem geeigneten Spender, im Falle von Debbie Bloom ist es ihre Schwester, Stammzellen aus dem Blut abgenommen. Das Verfahren ist mit einer Dialyse vergleichbar und wird heute routinemässig bei gewissen Formen von Blutkrebs angewendet. Am MD Anderson untersucht man, ob es sich auch zur Behandlung von Eierstockkrebs eignet. Mein Körper beginnt zu meinen, die Blutstammzellen meiner Schwester seien seine eigenen. Im Augenblick ist meine Blutgruppe gerade dabei zu wechseln und in einigen Tagen oder Wochen werde ich die Blutgruppe meiner Schwester haben. Mittels einer Rückenmarkpunktion kann man feststellen, wie sich dieser Prozess entwickelt, wie viele meiner Stammzellen bereits diejenigen meiner Schwester sind. Nach hundert Tagen wird mein Immunsystem sein. Alle hier sind so positiv, sie äussern keine Zweifel. So und so machen wir das und das wird funktionieren. Das hilft, die Hoffnung, dass man den Krebs besiegen kann. Deborah Cuban ist eine führende Kapazität in der Behandlung von Prostatakrebs. Wie dieser südamerikanische Unternehmer kommen ihre Patienten aus der ganzen Welt. Prostatakrebs ist bei Männern die häufigste Krebserkrankung überhaupt. Deshalb, aber auch weil eine Operation meist zu Impotenz und Inkontinenz führt, gibt es eine grosse Bandbreite verschiedener Behandlungsoptionen. Es gibt ganz verschiedene Arten von Prostatakrebs und wir müssen deshalb in jedem Fall die Tumorprobe ganz genau untersuchen. Einige Arten wachsen sehr langsam, andere hingegen sehr schnell. Dann hängt es auch vom Alter des Mannes ab. Das ist der Trick, herauszufinden, was für eine Art Prostatakrebs ein Mann hat, um ihn dann entsprechend angemessen behandeln zu können. Manche Formen von Prostatakrebs werden einem Patienten während seines Lebens nie gefährlich werden können, während wieder andere dringend behandelt werden müssen. Eine Behandlungsoption ist die Bestrahlung. Auch hier hat die Technologie die Behandlungsresultate in den letzten Jahren messbar verbessert. Früher konnten wir den Krebs nicht annähernd so gezielt bestrahlen wie heute. Jetzt können wir den Tumor ganz genau abbilden. Da sich die Prostata und damit der Tumor bewegen können, nutzen wir zusätzlich ein Ultraschallgerät, mit dem wir den Tumor unmittelbar vor der Bestrahlung noch einmal orten und die Zielrichtung der Bestrahlung entsprechend anpassen. Gegenwärtig wird für die Bestrahlung von Prostata und anderen Krebsarten am MD Anderson eine neue Protonenbestrahlungsanlage gebaut. Die in der Schweiz maßgeblich mitentwickelte Technologie der Protonenbestrahlung ist besonders gewebeschonend. Zurück im alljährlich stattfindenden Sommercamp für die krebskranken Jugendlichen des MD Anderson Spitals. Auch Ryan Carone, der beinamputierte Junge, der sich Lance Armstrong zum Vorbild erkoren hat, ist wieder da. Das Leben ist jetzt und heute Abend soll gefeiert werden. Und dafür gilt es, sich schön zu machen. Einen erstaunlich vernünftigen Eindruck hinterlassen sie, diese Teenager. Mir war es gar nicht erlaubt, Kind zu sein. Mir blieb nichts anderes übrig, als schneller reif zu werden. Ich glaube, ich habe die Adoleszenzphase zwischen Kindheit und Erwachsensein einfach irgendwie übersprungen. Sechs der Jugendlichen, die sich letztes Jahr zu diesem Gruppenfoto versammelt hatten, sind mittlerweile gestorben. Und das wissen alle hier. Umso mehr geniessen sie diesen Augenblick. Es geht los und heute Abend ist Party angesagt. Dann legt das Schiff ab und es gibt ein festliches Abendessen. Das ist manchmal ein bisschen langweilig, manchmal ein bisschen lustig und es geht vorbei. Langsam. Schliesslich ist es soweit und der DJ kommt. Und endlich können auch diese schwergeprüften Jugendlichen einmal unbeschwert tanzen, feiern und flirten. Nicht allen bleibt viel Zeit für die erste Liebe. Und der Arzt, der immer mit ihnen gereist ist, hält sich im Hintergrund diskret versteckt. Carpe Diem.